Was ist mit Open Source Software? Wenn wir mit dem Thema hin und wieder in Kontakt kommen, werden wahrscheinlich immer mal wieder auf sehr weit verbreitete Mythen stoßen. Interessanterweise sind diese Mythen seit über 20 Jahren im Umlauf. Seit weit über 20 Jahren existiert nämlich das Phänomen Open Source Software und seither werden bestimmte Dinge behauptet, wie zum Beispiel die folgenden. Open Source Software hat große Nachteile, weil es gibt keinen Ansprechpartner für Wartung, keine Gewährleistung, keine Haftungsgegner. Das heißt, das ist ja Software, die ich mir, das ist so weit verbreitete Auffassung, die lade ich mir kostenlos und ohne irgendwelche rechtlichen Bedingungen aus dem Internet. Wenn da irgendwas schief geht, wenn meine Daten futsched sind oder irgendwas anderes, dann habe ich halt niemanden, keine Softwarefirma, an die ich mich wenden kann und sagen kann, hier mach das mal ordentlich oder leiste Schadensersatz, wenn mir ein Schaden entsteht. Zweiter Mythos, die Software ist unsicher, weil ja jeder sehen kann, wo die Schwachstellen im Source Code sind, kann man die Schwachstellen auch besser sich zunutze machen und eben in die Software reinhacken. Dritter Mythos, Open Source Software, da fummeln ganz viele Leute dran rum, das ist also eher ein unausgereiftes Konzept, meistens kommt da auch nichts Vernünftiges bei raus. Jeder verändert das irgendwie beliebig, keiner hat die Kontrolle, es wird nicht redaktionell betreut sozusagen, viel besser ist es doch, wenn man so einen Anbieter hat wie Microsoft, der ein Entwicklerteam leitet, das bei ihm angestellt ist und der dafür sorgt, dass das alles vernünftig gemacht wird. Und der vierte Aspekt lautet, oder der vierte Mythos bei Open Source Software geht es in erster Linie darum, Geld zu sparen und wenn man kein Geld sparen muss, dann braucht man sich mit dem Thema Open Source Software eben auch nicht auseinanderzusetzen. Faktisch stimmt das alles nicht, nichts von dem stimmt tatsächlich. Ein genereller Punkt ist erstmal, proprietäre und nicht quelloffene Software hat ganz große Nachteile, insbesondere wenn man auf Langzeit ausgerichtete Strategien verfolgt. Proprietäre Software, die urheberrechtlich geschützt und bei der die Urheberrechte eben analog dieses All Rights Reserved Modells gehandhabt werden, führen nämlich dazu, dass es nur einen einzigen Ort gibt, eine einzige Person, eine juristische Person in aller Regel, die darüber entscheiden kann, ob die Software verbessert wird, weiterentwickelt wird, ob man Ansprüche hat auf Wartung, auf Fortentwicklung, auf Anpassung etc. pp. Und gerade diese Bindung an die exklusiven Nutzungsrechte an einem Ort kann zu unüberwindbaren Problemen führen bei der Handhabung. Das nennt man einen Vendor-Login ökonomisch. Ein Vendor-Login ist eben die Bindung an einen bestimmten Anbieter. Der ist bei proprietären Softwarelösungen außerordentlich stark und zwar schon dann, wenn diese Softwarelösungen lokal eingesetzt werden. Denn dann hat man zwar immer noch das Programm On-Premises, wie es bei den Informatikern heißt, also am eigenen Ort und sozusagen unter der eigenen Kontrolle, kontrollieren kann man aber faktisch nicht die Funktionsweise und eben dann eben auch die Nachhaltigkeit und die Fortentwicklung des Programms, weil man über die notwendigen Rechte nicht verfolgt und vor allem, weil man keinen Zugriff auf den Source-Code hat, was notwendige Voraussetzungen dafür ist, dass Programme weiterentwickelt und verbessert werden können. In Outsourcing-Fällen kann das noch größere Folgen haben, also dieser proprietäre Ansatz, weil dann unter Umständen auf der anderen Seite etwas schief geht. Zum Beispiel die Firma, bei der man seine Daten lagert und die eben die Daten auch verwaltet, geht pleite. Das klassische Insolvenzrisiko, was gerade in diesem Bereich besonders groß ist, nicht weil die Firmen andauernd pleite gehen, sondern weil es eine gravierende Auswirkung, besonders gravierende Auswirkung hat, wenn die Firma pleite geht. Dann sind unter Umständen auch noch die Daten weg. Die Firma ist pleite, die Server werden vom Gerichtsvollzieher abgeholt und Sie können sich dann einreihen als Anspruchsteller im Insolvenzverfahren. Da kriegen Sie dann vielleicht einen Schadensersatzanspruch in Höhe eines Promils Ihrer eigentlichen Forderung, aber das nützt Ihnen noch lange nichts, wenn Sie auf die Daten angewiesen sind. Das heißt also, das Insolvenzrisiko ist sehr gravierend bei proprietärer Software. Sogar dann, wenn Sie, was manchmal gemacht wird, das ist eine Frage der Marktmacht und der Verhandlungsstärke der beiden Parteien, in Ihren Vertrag reinverhandelt bekommen, dass Sie im Insolvenzfall Zugriff auf den Source-Code bekommen, der dann möglicherweise sogar irgendwo hinterlegt wird. Das wäre eine Alternative zum Einsatz von Open-Source-Software. Das Problem ist nur häufig, proprietäre Software wird in aller Regel nicht mit Blick darauf entwickelt, dass andere diese Software später mal weiterentwickeln könnten. Ich bin kein Informatiker, aber ich weiß, dass die Dokumentation von Software ein ganz entscheidender Punkt ist, neben der Verfügbarkeit des Source-Codes, um sinnvollerweise sich daran machen zu können und die dann später weiterentwickeln oder verbessern zu können. Und Dokumentationen, da gibt es zwar auch Standards dafür, werden aber häufig eben nicht analog dieser Standards geschrieben. Und wenn Sie dann so eine Dokumentation haben, die eben nicht dafür gemacht wurde, anders als bei Open-Source-Software, dass andere außerhalb des Unternehmens damit umgehen können und die weiterentwickeln, dann können Sie damit unter Umständen gar nichts anfangen und selbst, obgleich Sie dann den Zugriff auf den Source-Code haben, nützt Ihnen das Ganze nicht. Das bedeutet, wenn das Unternehmen wegfällt, also im Insolvenzfall beispielsweise, oder es wird verkauft oder das Produkt wird eingestellt, dann geht in aller Regel das implizierte Know-how, was in dieser Software steckt, gleich mit verloren und Sie haben ein Riesenproblem. Zum Thema Gewährleistung und Haftung. Der Unterschied zwischen Open-Source-Software und proprietärer Software liegt nicht darin, dass es keine Anspruchsgegner geben würde, sondern ganz im Gegenteil, dass bei Open-Source ein Wettbewerb der Dienstleister möglich ist, der bei proprietärer Handhabung von Nutzungsrechten gar nicht entstehen kann. Das heißt, wenn Sie Microsoft-Software benutzen, ist Microsoft der Einzige, der diese Software warten kann, beziehungsweise solche, die halt von Microsoft zertifiziert werden, um diese Wartungsarbeiten vornehmen zu können. Bei Open-Source-Software ist das offen, das kann jeder machen. Haftung und Gewährleistung hängt davon ab, was Sie für Verträge machen mit demjenigen, von dem Sie diese Software beziehen. Da muss man unterscheiden, das ist eine juristisch relativ komplexe Angelegenheit. Die Open-Source-Lizenz ist ein Lizenzvertrag und in dieser Lizenz steht in der Tat in aller Regel drin, dass Sie vom Urheber oder von den Tausenden von Urhebern, die diese Software programmiert haben, keine Gewährleistungsansprüche erwarten können und keine Haftungsansprüche gegen diese Leute geltend machen können. Das heißt aber nicht, dass Sie sich nicht im Dienstleistungswege diese Wartungs- und Haftungsansprüche einfach erkaufen können. Das hat mit der Open-Source-Lizenz überhaupt nichts zu tun, sondern das hängt von der Frage des Vertriebsvertrags ab. Das heißt, so etwas wie Linux-Distributionen, die gibt es ja auch, wie wir alle wissen, da zahle ich dann für einen SUSE-Linux 59 Euro, obwohl ich mir das Linux natürlich auch aus dem Netz kostenlos runterladen kann. Und diese 59 Euro, die bezahle ich unter anderem dafür, dass ich dann Haftungs- und Gewährleistungsansprüche nach den gesetzlichen Regeln habe, mit anderen Worten, ich erkaufe mir da einen Mehrwert. Zum Thema weniger gut, weniger sicher, das ist absoluter Unsinn und auch schon seit vielen Jahren, seit langer Zeit belegt. Gerade habe ich nochmal recherchiert, im Jahr 2015 gab es eine große Studie in Deutschland, wo IT-Entscheider darüber befragt wurden, ob sie Open-Source-Software für weniger oder eher sicherer halten als proprietäre Software und zwei Drittel dieser befragten Menschen haben gesagt, Open-Source-Software ist in einem hohen Maße sicherer als proprietäre Software, insbesondere dann, wenn Open-Source-Software eben von großen und funktionierenden Communities gewartet und weiterentwickelt wird. Das ist ein wesentlicher Punkt, komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen. Open-Source-Software ist ja nicht gleich Open-Source-Software. Dass der Quellcode offengelegt wird und eine GPL-Lizenz an dieses Programm drangehängt wird, ist eine Sache. Die andere Sache ist aber, wer steht dahinter und wie gut funktioniert das Konzept, was dahinter ist. Jeder von uns könnte sowas wie eine Wikipedia aufmachen, das ist im Prinzip genau der gleiche Aspekt, aber es würde wahrscheinlich nicht ganz so gut funktionieren wie die Wikipedia selbst, wenn wir nur an dieser Enzyklopädie mit unserem eigenen Wissen selbst rumfuhrwerken würden und sich niemand anders finden würde, der daran mitarbeitet. Insofern, Open-Source-Projekte sind kein Selbstgänger und wenn man Open-Source-Software einsetzt, ist man gut beraten, sich das gut zu überlegen und gut auszusuchen, was man da macht. Wenn man da aber die richtigen Entscheidungen trifft, was sehr viele Leute treffen, Open-Source-Software ist mittlerweile eigentlich überall im Einsatz, flächendeckend in jeder Branche, in jedem Bereich und hat in ganz vielen Bereichen von Software absolute Standards gesetzt, wo es im Prinzip überhaupt keine proprietären Software-Produkte, Konkurrenzprodukte mehr gibt. Gerade im Embedded-Bereich und im Library-Bereich gibt es so wahnsinnig viel Open-Source-Software, die so gut, so sicher und so fortentwickelt ist, dass die halt der Standard ist und alles andere, was möglicherweise noch von proprietären Anbietern entwickelt wird, sind Insellösungen. Jeder, der sich für die Entscheidung muss, von vornherein wissen, okay, das wird wahrscheinlich irgendwann nicht mehr funktionieren, wird massive Kompatibilitätsprobleme mit anderen, mit Schnittstellen, mit anderen Programmen hervorrufen, deshalb überlegen sich sehr viele Leute, dass sie lieber die Open-Source-Lösung wählen, als die proprietäre Lösung. Das führt mich auch gleich zu dem Mythos, dass es nur um Geld geht. Es geht um Qualität und um Sicherheit und um ganz viele Aspekte, Sicherheit unter anderem vor Insolvenzrisiken, aber eben auch IT-Sicherheit und nur zweitrangig um Geld. Wie zum Beispiel das München-Experiment, wo die Stadtverwaltung ja vor Jahren irgendwann auf Linux umgestellt hat und auf andere Open-Source-Software gezeigt hat, kostet auch sowas sehr viel Geld, insbesondere auch, wenn es um Migration von einem Produkt zu einem anderen Produkt geht. Das ist gar nicht so der Punkt. Es geht hier um Nachhaltigkeit und nicht um Geldersparnis. Geldersparnis liegt insofern darin, und man kann tatsächlich Geld sich sparen durch den Einsatz von Open-Source-Software, weil die eben kostenlos zur Verfügung gestellt wird, was aber nur bedeutet, dass die Nutzungsrechte ohne Entgelt überlassen werden. Alles andere, was da drumherum sich rankt, also die ganzen Wartungen, die ganzen Dienstleistungen, die sich um den Einsatz von Open-Source-Software ranken oder jede Art von Software, die werden natürlich auch weiterhin bezahlt. Das ist ein Aspekt, den kann man kalkulieren, aber es ist nicht der wesentliche Punkt. Zum Beleg, Praxisbeispiele gibt es in vielen Bereichen, und ich habe ein Projekt betreut, wo ich das besonders signifikant finde, weil diese ganzen Argumente da eine besondere Rolle spielten, also diese ganzen Mythen eine besondere Rolle spielten. Das ist das Projekt Open-ETCS. Das ist ein Konsortium aus Anwendern und Anbietern im Bahnsektor, das Open-Source-Lösungen für Steuerungssoftware für Bahntriebwerke entwickelt hat. Der Hintergrund war folgendes. Folgender, in ganz Europa gibt es halt, in jedem Land gibt es so etwas wie die Deutsche Bahn, und es gibt große Zulieferer, die halt unter anderem die Software für diese Bahnsysteme liefern. In jedem Land gab es bis dato einen anderen Anbieter, und jeder Anbieter machte ein proprietäres Produkt. Diese Produkte waren aufeinander sehr, sehr schlecht abgestimmt, die waren häufig inkompatibel miteinander, und es hatte den Effekt, dass in jedem Land natürlich Unsummen für solche Produkte ausgegeben wurden, obwohl große Synergien bestanden hätten, und einheitliche standardisierte Lösungen, die überall in Europa eingesetzt werden, wesentlich besser gewesen wären. Unter anderem wegen des Insolvenzrisikos. Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn der Zulieferer, Softwarezulieferer der Deutschen Bahn, der diese Steuerungssoftware da entwickelt, pleite geht, und die auf einmal diese Software nicht mehr weiterentwickelt kriegen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Abgesehen mal von den Sicherheitsfragen, inkompatible Software bei Zügen, die mit 300 über eine Staatsgrenze fahren. Man kann sich vorstellen, was das bedeuten kann, wenn die Signalsysteme und solche Dinge oder die Steuerungssysteme dann auf einmal aussetzen und anders funktionieren und so weiter. Aus diesem Grund haben sich ganz viele dieser Unternehmen zusammengeschlossen und ein Open-Source-Konsortium gebildet, gegründet, und die arbeiten jetzt alle zusammen, und zwar auch die Anbieter dieser Softwarelösungen, mit den Anwendern, also den Bahnunternehmen, an einer gemeinsamen Lösung, die dann wiederum unter Open-Source-Bedingungen in jeder Mann zur freien Verfügung gestellt wird. Das ist mein letzter Punkt. OSS-Strategien sind keine Selbstläufer. Ich habe es im Prinzip schon gesagt. Man hört immer wieder diese Fälle, ja, wir haben uns eine Open-Source-Lösung statt einer proprietären Lösung ausgesucht. Das hat aber nicht funktioniert, weil sich keine Community entwickelt hat. Da war dann auch wieder nur ein Anbieter, die zwar schlecht dokumentiert und so weiter. Es ist vollkommen klar, dass wenn man Fremdprodukte, also Open-Source-Produkte, die man sich selbst entwickelt, einsetzt, dass man sich mit dieser Materie ab einem gewissen Bedeutungsgrad, sagen wir mal bei Firefox versus Internet Explorer ist das relativ egal, aber bei einer Langzeitarchivierungs-Datenbank-Software sollte man sich vielleicht vorher damit mal auseinandersetzen und gucken, was ist das denn für ein Projekt, was ist das für eine Software, was für eine Community ist das, wie wird diese Community organisiert und es gibt auch seit langer Zeit Konzepte des sogenannten Community-Managements, wo dann die Anwender mit den Entwicklungs-Communities in Kontakt treten, sogar Leute hin entsenden und sich genau angucken, wie funktioniert das da, was funktioniert nicht so gut, kann ich mich darauf verlassen, dass das funktioniert. Ich suche mir Ansprechpartner, arbeite dabei womöglich sogar mit und gestalte dann eben mit. Wenn man all diese Grundsätze beachtet, dann kommt man da sicherlich auch zu guten Lösungen. Damit bin ich schon am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 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 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.